Jetzt Bonus kassieren auf admiralbet.de Törgücü, FC Karben, mein Tipp 2 zu 2. Also Bad Vilbel 2 gegen Niederwölstadt ist immer ein bisschen davon abhängig, wie viele von Bad Vilbel 2 runtergezogen werden oder nicht. Aber ich denke mal Niederwölstadt hat relativ konstant in der letzten Zeit gut gegen Karben gespielt. Von daher gehe ich mal von einem 1 zu 3 aus. Borenbrücken, Dordtelweil 2. Auch ein schwieriges Spiel. Dordtelweil hat gegen uns eigentlich sehr sehr gut gespielt, obwohl wir da gewonnen haben. Da haben wir mit Glück gewonnen. Borenbrücken, habe ich schon gesehen, kann sehr stabil in der Defensive stehen. Tipp ich auf ein 1 zu 1. Groß Karben gegen Oberrostbach. Wir hatten unsere Schwierigkeiten mit Groß Karben. Meines Erachtens nach stehen sie zu Unrecht da hinten drin. Tipp hier trotzdem auf ein 2 zu 3. Niederweisel Friedberg. Friedberg habe ich leider noch nicht gesehen. Niederweisel einmal beobachtet. Glaube aber, dass Niederweisel den Heimvorteil genießt und sage 2 zu 1. Teutonia Staden gegen Gronau würde ich jetzt mal auf ein 1 zu 1 tippen. Steinfurt, SG Rothheim. Rothheim eine sehr mannschaftlich geschlossene Leistung. Steinfurt spielt auch sehr konstant. Auch da wieder der Heimvorteil. 2 zu 0. Das letzte Spiel ist unseres. Ostheim gegenüber Wölstadt. Wir haben gegen Ostheim letztes Mal relativ unglücklich am Ende noch verloren. Wenn wir unsere Form wieder zeigen können, die wir jetzt in den letzten Spielen hatten, denke ich auf jeden Fall, dass da was drin ist. Ich würde jetzt mal ein 1 zu 2 auf uns tippen. Jetzt Bonus kassieren auf admiralbet.de Jetzt mitmachen und Tippkönig werden. Wie könnt ihr mitmachen? Schreibt uns eine Mail mit euren Infos und schon könnt ihr den Spieltag eures Teams tippen. Der Sieger erhält am Ende der Saison einen attraktiven Preis von unserem Partner Admiral Sportwetten. Wir freuen uns auf eure Tipps.